Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Bioshock Infinite und dem Beagle. Wir müssen nach Fink Industries. Warte ich. Ja. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Fink. Und kostet uns unterwegs das Leben. Ach, Bucker. Eine Dame mit Sünfermteherrte. Das geht im Bier. Aber sonst ist Anarchie als ein Messer. Oh nein. Halt die Schauze. Na kommt Bucker. Müsst ihr noch mehr zahlen? Können sie aber nicht. Halt nicht. Nichts. Nichts mehr. Huch. Wird zwischendurch schon ein bisschen anspruchsvoller. Mal Salz her und... Was ist das? Weiß ich nicht. Okay. Brauchen wir Geld? Elisabeth ist ganz schön fleißig für uns unterwegs, muss man sagen. Es gibt nichts, was Elisabeth scheinbar nicht findet. Das ist eine Knabe. Das ist eine Knabe. Ein Zuckermaus. Ups. Hoppala. Haha. Schaust du mal? Einmal die Kamera. Einmal die Kamera. Einmal die Kamera. Einmal die Kamera. Ich weiß nicht, was sie von mir möchte. Gefressen hast du schon. Also kannst das nicht sein. Ja, Elisabeth weiß auch nicht, was mein Hund von mir möchte. Ach. Na, Taschen leer. Dann gehen sie lieber weiter. Willst du mich verarschen? Ach so. Dieser Automat hat auch die ganze Zeit mit mir geredet. Oh mein. Hört sogar mal auf. Was ist los? Was ist los, kleiner Hund? Ne, im Moment ist da noch nichts bei, was ich haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Also noch nichts. Das muss nichts heißen. Ich hab doch nur noch fünf. Ups. Der Waffenschmied Chen Lin. Gesucht wegen Kontakten zu gesetzlosen Daisy Fitzgerald. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Was ist denn dieser komische Aufzug, den wir wollten? Auch da vorne. Ich glaub, ich knack dir lieber Räume als Safes, auch wenn in Safes ziemlich viel Kohle ist. Da, Slades Schrank. Ja? Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slade es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Nett formuliert, Leute. Nett formuliert. Elisabeth machte nix draus. Ich mag dich sehr. Ich grüße euch. Hi. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Leute, wagt es ja niemals krank zu sein. Habt ihr gehört? Seid wie Bienen. Gott, was ist das für... Ahasch, ey. Ja? Was ist denn? David Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Hehehe. Was sollte das denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Ja, nicht so wie Slade. Wow. Tja, der Mann hat ein Ego. Der hat auch drei Egos. Vielleicht sogar vier oder fünf. Oh Gott, nichtmals Andrew Ryan war so vermessen. Wow. Und der war schon sehr vermessen und egomanisch. Na, Elisabeth? Keine Sorge, ich finde deine Existenz toll, okay? So. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkommt. Ja, klar. Der Fink Company Store bietet euch Fink Produkte zu preisen, speziell für die Fink Arbeiter. Oh Gott, ein guter Arbeiter ist immer... Ach, was auch immer er zur Hand hat, ein guter Arbeiter. Mr. De Witt, willkommen in Fink. Ja? Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer ihres Besuches. Ich bin verwirrt. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Nur mir? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkter Mr. Fink gerichtet werden. Ich hab mich aber nie beworben. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Nein. Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Obenladen Vorräte erfüllen? 15 Minuten! 15 Minuten! 15 Minuten! 14 Minuten! 10! 10 Minuten! Ich weiß es nicht. Ich will nur gucken, was hier so ist. Fort, Salom! Das sind Anarchisten-Worte, meine Freunde! Und der Anarchist ist der Freund des Hungers, der Genosse des Waffels und der Spießgeselle der Krankheit! Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt! Wow, das ist bitter! Hier ist ziemlich viel Müll unterwegs. Okay, ich hab's verstanden! Warte, du willst mich da nicht durchlassen? Kacke. Ach, Gottchen. Ja, Mann, ich fühl mich hier in Ruhe. Nö. Für die anderen, für das Geschütz. Oh Gott, hier ist ein zweites Geschütz. Ah, da oben. Ja, nun... Danke. Ja, nun, wenn man sich überall richtig umgucken möchte, muss man auch eventuell ein paar Schäden in Kauf nehmen. So sieht's aus. Der bockene Bronco. Nee, die brauche ich gerade noch. Sie kommt aus dem Rister. Das Lied hab ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Cool. Ich hab das Lied schon gehört. Und das ist cool. Oh. Was denn? Ja. 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 Und wie er es geschafft hab. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja. Ne, Träume sind in der Tat nicht billig. Meistens hier. Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Ja. Scheiß. Dann müssen wir also das Code-Buch finden? Ja. Sieht aus, als hätte man alles in den Goodtime Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. In den Goodtime Club? Why not? Dann kann ich doch da reingehen. Das hätte ich auch wissen können. Dann gehen wir in den Goodtime Club. Ob im Goodtime Club wirklich eine gute Zeit ist, ich weiß es nicht. Ja, ich bin nicht taugend. Ach so, ich soll nachdenken. Hier ist es, Bokka. Shane, nein. Was für schweig. Nein, nein. Ich möchte in den Goodtime Club. Bokka de Witt Audition. Today. Der Goodtime Club. Ha. Halt die Schnauze, du dämliche Maschine. Wann ist denn Showtime? Ah, okay. Hat mir also nichts gebracht. Schade. Die Plaza aufs Ziel. Okay. Dann muss ich wohl erst mal hier weitergehen. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Äh, mach ich doch gar nicht. Ich finde es faszinierend, dass Bokka immer an allem Schuld trägt. Wie? Komm wieder, wenn Showtime ist. Wie? 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 Zufall oder Absicht? Das ist zwei der besten KIs, die man in der Videospielgeschichte haben kann. Ähm, den Spitzen im Alley haben könnte. Auch wenn Elisabeth, glaube ich, ist... Hab was drüber gelesen? Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Hallo? Hallo? Ist der Lin? Cem, Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Okay, ich höre was. Hören Sie das? Unten ist jemand. Ja, ich hab's natürlich gehört. Ach da, Treppe runter. Warum hab ich die... Ich hab hier gerade alles abgesucht, Leute. Ah. Ah. Verzeih mir. Wenn man zurück, bringen man zu Mei-Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte. Wo ist dieser Club? Okay, wir finden ihn. Wir warten schon drüben. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi? Hilft Jen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy? Hilft Jen Lin? Wer ist die Fliegerinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Booker. Wir waren da schon drin. Das war wohl vom Spiel nicht so gedacht. Oh, oh. Ich hätte das in den Lockpick liegen lassen. Das geht ja mal gar nicht. Das ist eine Pistole. Ja, eine Pistole ist auch ziemlich geil. Ohne Frage. Da, ein Handyman. Wo? Was? Nein, was? Ich bin kein Sklave. Ich bin kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Pistole. Was? Aber ich gebe es Ihnen. Wie kannstehen Sie Ihren Mann? Danke. Oh Gott, ich brauche Munition. War ja nicht irgendwo ein Munitionsheilig? Tut mir leid, was ich bei den Dobs gesagt habe. Schon okay. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt? Job ist Job. Ach, Bukka. Jetzt sei doch nicht so. Jetzt sei doch einmal nett zu dem... Ach, ich habe keine Munition, das Ding. Jetzt sei doch einmal nett zu dem Mädchen. Sollte der Candyman Sie nicht... Äh, der Candyman. Der Handyman Sie nicht abholen? Hat nicht so gut geklappt. Die, dass Sie mit Ihrem Loos unzufrieden sind. Was quält Ihr Euch, frage ich. Wie ist das, Mr. David? Jetzt müssen wir nur mal warten, was der Nimmchen finden. Okay. Und... Jetzt habe ich zwei verschiedene Musiks hier. Ah, jetzt beginnt die Show auf einmal in Kürze, Leute. Na gut, was das für eine Show ist, werden wir das nächste Mal sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ich komme nochmal an Scharfschützengewehr, äh, Patronen dran. Jetzt habe ich mich aber fast gut rausgeredet. Also, haut rein, meine Lieben. Also, haut rein, meine Lieben.